Alles für den Naturgarten gibt's im Lagerhaus. Lagerhaus, die Kraft am Land. Schnecken sind im Garten das größte Problem für viele. Und sie sind auch wirklich lästig, fressen alles ab und machen den Gärtnern große Sorgen. Dabei gibt's auch im Naturgarten viele natürliche Feinde. Zum Beispiel in einer Trockensteinmauer sind drinnen die Eidechsen, die Salamander, die Blindschleichen. Oder in einem Teich, da sind drinnen die Kröten, die Ringelnattern. Alles große Schneckenvernichter. Und wenn Sie beides nicht haben, dann gibt's eine einfache Methode. Lassen Sie das Laub unter Bäumen und Sträuchern liegen dort, wo kein Rasen wächst. Da verstecken sich nicht die Schnecken drunter, sondern die Laufkäfer. Und das sind ganz, ganz große Schneckenvernichter. Trotzdem, Schneckenkorn kann man verwenden und zwar das Biologische. Das Einzige, das im Biogarten erlaubt ist, das ist eines, das aus Kleie und Eisentrephosphat besteht. Das streut man am besten zeitig im Frühjahr flächendeckend, denn dann vernichtet man schon die kleinen Schnecken. Und damit hat man das ganze Jahr über weniger Probleme. Tauchen dann da und dort noch größere Schnecken auf, punktuell nachstreuen das ganze Jahr über. Am besten vor Regen. Dann quillt das Schneckenkorn auf, die Schnecke knabbert dran, zieht sich zurück in die Erdritze und geht dort zugrunde. Es gibt also keine Schleimspuren und keine toten Tiere. Mehr Tipps gegen Schnecke und andere Probleme im Garten gibt es in meinen Büchern. Viel Spaß beim Garteln. Gartenlust statt Arbeitsfrust. Biogärtner Karl Bluberger verrät, wie es geht. Sein aktuelles Standardwerk, der neue Garten für intelligente Faule. Mit praktischen Tipps und Tricks für das Garteln im Takt der Natur. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Viel Spaß beim Garteln. Bis zum nächsten Mal.